Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die ersten paar Level sind noch relativ... Kann mich da irgendwas töten schon? Wie langweilig? Ja, ich glaube, ich kann nicht jeden Level was töten fast. Ah, scheiße. Es gibt nur ein paar Peaceful-Level, glaube ich. Okay, what is this place? Bist du schon gespawnt? Ja. Warte, warte, wir sind, glaube ich, one last gespawnt. Ich muss erst mal die Sensitivität runter machen. Oh, nein. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken, Junge. Du kannst dich auch leben, cool, ey. Siehst du das? Ne, ne? Was? Wie ich mich lehne? Ne. Schade. Ich kann dir mal einen Ausweis zeigen. Was ist das denn? Oh, Gott. Wenn du sprintest und dann jumpst, dann verlierst du keine Stamina, weißt du? Weil du quasi in der Luft am Dingsten bist. Ja, ja, ja. Dann sind wir so hopsmäßig. Wird mir denn die Stamina angezeigt? Ja, keine Ahnung, irgendwann vergisst du ja warten, laut zu atmen. Alter, wir können uns... Wir haben Collision. Ja. Scheiße. Das gibt doch so richtig Speedruns, so einen Scheiß für das Game. Ne. Ah, okay, ich glaube, hier ist es... Oder hier, ne, hier ist es, was die Leiterteile. Ich höre schon wieder Sounds. Hier, geht man das auf? Ne, F. Achso, natürlich. Da hebt man das auf? Ah, okay. Und jetzt? Ich habe einen Schlüssel bekommen, was auch der immer zu? Ne. Drücken wir auf die Leiter. Oder geht mal ein. Nein, es passiert nichts. Okay, ne, komm, ich habe jetzt einen Schlüssel. Okay, gut. Ja, okay, hier ist eine Tür. Okay, das ist nicht. Ah doch, das ist es. Ach, Deger. Ich glaube, da kannst du auch runterfallen. Ich glaube, das ist scheißegal, tatsächlich. Ah. Okay, ne, ich bin da auch noch rein. Du kommst immer so weiter. Oh, fuck my life. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist. Ich weiß, man kann sich irgendwie durchbuggeln. Das ist mal eine Speedrunner. Achso, wir sind jetzt hier unten, Leute. Ich dachte gar nicht, irgendwie würde ich respawnen oder so. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Das ist auch nicht gecheckt. Ich war gerade einfach Blackscreen. Ah, da ist was. Die Pfeil ist eigentlich immer. Achso, das ist ein Pfeil. Äh. Noch. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Ich habe gerade das Tablet habe. Wohin? Ich wollte gar nicht wissen, was die da ist. Ja, komm auf, hier. Ich glaube, hier geht es lang. Ist der Ausgang? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich kann nicht hören, wenn es er nicht mehr sieht. Oder? Hier geht es auch nicht lang. Doch, Leute. Ja, das ist ein Sum wahrscheinlich. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ob ich hier lang sollte. Wir brauchen irgendeinen Zahlencode. Wo bist du denn? Ich bin in den Schacht, der hier am Anfang ist, aber da geht es nirgends rein. Ja, weil du hast hier halt einen Fahrstuhl, weißt du, wo wir einen Zahlencode oder Farbencode brauchen. Aha. Ich glaube, das Level ist friedlich, sogar. Hoffentlich. Ah. Weil wenn du I drückst, ziehst du ein Inventar und du hast rechts so eine Sanity-Ball. Mit dir abläuft, bist du tot. Ach so. Und manche der Wingen läuft die schneller ab und manche langsamer, ist auch unterschiedlich. Aha. Und wenn du Helm in Water trinkst, kriegst du halt Sanity-Ball zurück. Ja, ich habe es gerade einfach gesoffen. Oh. Geil, Digga. Stört dir das, wenn ich Leute anleuchte? Leute fallen. Obwohl, es gibt Hunde, die sind wie Kinder, die kann man anleuchten. Ah. Ach so. Okay, warte mal. Da rossen. Und da kann ich dann... Ah, okay, da könnte ich dann trocken. Okay, es gibt... Ach so, das ist auch nochmal... Ah. Hey, die gelben... Auf dem gelben steht dieselben Sachen wie auf dem... Blauen. Okay, bin ich los. Warte mal. Stimmt. Warte mal. Oh, die Autofarben. Pfeifert. Wo waren nochmal Autos? Nee, hier nicht. Da hinten. So, vorbeigelaufen. Ganz oft. Scheiße. So, hier. So, easy, Digga. Das ist da... Okay, warte mal. Da guckst du halt von oben an. Weißt du, was ich meine? Ähm... Das ist Reihe 1, das ist Reihe 2, Reihe 3, 4. Ah, lol. Also du hast halt quasi, weißt du, in Reihe 2 Blau, in Reihe 2... In Reihe 3 Orange, in Reihe 4 Rot und in Reihe 4 auch Grün. Und der Grüne Knecht? Achso, der... Ah, ja, okay. Wir sind auch in Reihe 4. Ah, okay. Deswegen steht auf dem auch dasselbe Zeug. Okay, 2. Warte mal. Blau 2. Blau 2. Nee, warte mal. Gibt keine Blau 2. Der Blau in der zweiten Zeile. Achso, okay. Aha, aha. Kann man mehr Blau Zeile antippen? Nee. Okay, dann... Oh. Oh, ich habe auch vergessen, was du da hast. Ich habe gerade random rumgedrückt. Ja, stimmt schon. Nehmen wir. Wie man die immer so... Ghost. Ich bin aber auch der ganze Name. Ja, natürlich. Banjo, shit. Ich weiß genau, Leute, die sehen so aus wie wir. Also so wie Entities. Ach, nee. Ist das das Level, was ich denke, was es ist? Keine Ahnung. So, hallo. Ah, Almond Water. Ist einfach nichts. Sorry. Ach, man kann nur... Ah, nee. Pocket und Backpack. Ich glaube, ich habe noch der Ausgang, oder nicht? Ach, ja. Warte, das hier. Wir müssen Schlüssel finden. Ich bin gerade erschrocken. Ja. Du! Was war's da? Bro, das steht hinter uns. Ach, Bro, das sind wir. Ja. Und jetzt? Das ist das Genug. Okay, das sieht jetzt aus wie ich. Ach, nee. Ich muss jetzt zugucken. Scheiße. Du stirbst. Was ist der Kacke. Ich habe den jetzt erstmal ausgedribbelt. Du musst natürlich die Gegend laufen. Ich glaube, du hast vier Schlüssel insgesamt. Also, du musst alle Räume abschicken, für Schlüssel und alle Schränke. Hier waren wir gerade drin, oder? Ich glaube, wir laufen mal hin und eh oder mal in den Raum rein, oder so. Oh mein Gott, ich halte mich erschrocken. Alter, holy shit. Ist er immer noch da drin? Ich glaube, ja. Da muss man wieder rauslocken, irgendwann. Oder muss man sowieso rein am Ende? Dieser verschissene Loser. Ach, Digga, was soll ich denn machen? Warte. Digga, was ist das für ein Scam? Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das ist echt ein Scheiß, Junge. Was ist mit dem? Hey, da liegst du. Er hat mich gegessen. Was soll ich dir umhauen? Du umhaut die Tür zu. Ja, dann sterbe ich. Ja, komm, dann können wir zusammen nochmal probieren. Hallo? Ja, ho. Das sind drei, vier Löcher, oder nicht? Diese Dinge an der Wand, weißt du? Ich habe es nicht gesehen, genau. Das ist ein vier, glaube ich. Okay, meinst du, der ist da immer noch drin? Ich glaube schon. Wollen wir mal gucken? Okay, okay. Der ist nicht mehr hier. Ach nein. Weiter, Desta. Ihr seht ihn. Komm raus. Warte, ich habe Schlüssel hier, oder? Das sieht aus wie du. Der läuft da hinten gerade. Ja, okay, dann macht er jetzt hier ein Ding von uns. Ja, da hinten, siehst du? Du guckst die Sachen an. Boah, ich sehe es. Kommt zu uns. Da kommst du dir. Ach, nee. Der läuft auch wie dir hinterher, der hat mich irgendwie ignoriert. Bei Schlüssel, glaube ich. Ja, der läuft hinterher, dann laufe ich mal in die andere Richtung. Okay. Ansonsten noch dieses Mittelding als Safe Room, weißt du? Ja. Also ich bin im Eck eingesperrt. Okay, ich sehe ihn jetzt da laufen. Er läuft jetzt wieder zurück zum Mittelding, glaube ich. Ich habe eine Taschenlampe und eine Water, aber ich glaube, der Schlüssel ist hier nicht drin. Doch, ich habe einen Schlüssel. Er läuft zu euch ganz entspannt. Boah, ich habe die Tür fast nicht aufbekommen, ne? Der hat mich halt echt fast gekillt. Okay. Keine Ahnung, wo er ist. Ich bin halt mal kurz rausgelaufen, hab keine Ahnung. Ich bin halt da, wo du davor warst und deine Lichtsignale gegeben hast. Da bin ich. Okay, er läuft zu mir, ich bin in dem Schlüsselraum. Er steht jetzt davor. Und hat mich angeschrien. Warte. Also, okay. Er läuft wirklich, ich sehe sich. Es fehlt hier halt. Was? Es fehlt jetzt noch ein Schlüssel. Okay. Er läuft. Oh mein Gott, hab ich mich erschocken. Alter, Junge. Oh mein Gott. Man hat es nicht gesehen, es war ein bisschen hier. Vor allem, ich habe fast die Tür in deinem Gesicht zugemacht. Danke. Ja, ja. Alter, warte. Wo was? Oh fuck, er läuft zu mir. Ich bin dort, glaube ich. Obwohl. Ich glaube, ich smurf. Ich glaube, ich smurf. Ich glaube, ich smurf. Okay, ich habe smurfed. Ich habe es nicht gesehen, wie du lange gehüpft bist. Und der hinterher gerannt. Ja, er ist jetzt, er ist jetzt, jeden Moment wieder am Eck. Ja. Er kommt zu mir. Hä? Er ist hängen geblieben an der Wand. Ich kann die Tür nicht zumachen, bei mir bugt alles gerade. Ja, er ist bei mir. Ich kann die Tür nicht zumachen, Eckstil. Wieso ist was? Ich kann die Tür nicht zumachen. Ich stelle meine Nats jetzt hier. Hängen wir im Endraum. Das kann mal nicht sein, das sind richtig in alle Räume. Oh, jetzt wurde ich rausgehauen. Aus dem Game? Ja, also ich bin jetzt wieder im Home-Menü. Warte. Ich hatte die ganze Zeit den zweiten Key. Oh. Steht klar. Ich habe gerade einfach reingesteckt. Da sind wir. Oh, ne. Ah ja, okay. Ich sehe hier, wo wir gerade waren. Ich breche mir jetzt erstmal die Beine. Guck. Warte, ich glaube, ich weiß, welches Level das ist. Oder? Ja, okay, bitte. Warte, das Level ist langweilig. Ich habe schon schon mal vor. Probe, mich hinterher zu laufen. Ja. Hier ist so ein Ding, was dich killt. Und das ist die ganze Zeit das Gleiche gefühlt. Oh fuck, hier ist der Killer bei mir. Ich glaube, ich lasse mich. Ich lenke den ab. Ich renne, glaube ich, gleich in Zidane rein. Ja, nicht schwer. Aber ich glaube, auf der Etage ist irgendwo eine Tür. Ah, das ist der Killer. Oh, ich bin voll reingerannt. Ja, das ist einfach hier ist irgendwo eine Tür, die ist der Ausgang. Oh, ich habe es. Das Ding hat fünf Etagen, die runtergehen, aber du musst nur zu dritten. Weißt du? Das ist voll der Bait. Okay. Nein, das ist noch nicht nach. Nein, keine Ahnung. Das Ding, das ist das Hub, glaube ich, jetzt hier. Ah. Ja, also da kannst du dann quasi später, wenn du das Spiel durch hast, die Level auswählen. Das ist so gefühlt. Die Connection der Backrooms. Da eins, da war gerade ganz am Anfang. Ja, komm, wenn du willst, kannst du es mal probieren. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Was dann? Äh, drück mal älter drauf. Ach du Scheiße. Ganz rechts siehst du, was du brauchst quasi. Weißt du? Der allerrechtesten Zeile. Ah, Required Mode. Erst mit dem rechten Ding da. Und die anderen zwei, da musst du quasi das Identische suchen, was quasi rechts steht. Weißt du? Das ist der Rechtsschutz und der Absatz. Und den Absatz musst du finden in einer von den Playlisten. Ah, wie heißt der, Digga? Jetzt habe ich es gerade getrafft. Ah. Ah, ich habe hier was. Das ist okay. Das sieht gleich aus. Achso. Hä? Ich glaube, ich bin gerade rausgegangen. Scheiße, Digga. Jetzt ist da wieder was anderes. Ja, oder das hier einfach. Okay, okay. Ja, perfekt. Hier. Zack. Das ist auch direkt passend. Easy. Weißt du was? Ja. Was machst du da hinten? Die Tür öffnet sich. Achso, du bist durch. Jetzt? Ah, okay, warte. Hier kann ich das Licht erbauen. Achso. Alter. Oh, Junge. Wie ist das am Ruckeln hier? Holy shit. I heard you. Da steht it. Das ist ja auch am Anfang für falsch geworden. Scheiße. Das muss jetzt in irgendeinem PC eingeben. Das passiert, glaube ich. Oh. Ich bin erstmal in den Chat rein, weil ich Enter drucken wollte. Ich auch. Perfekt. Okay, und jetzt? Gate-Excel. Run. Äh. Reiner. Ist was passiert? Ich glaube, das ist das Gate, wo wir ganz am Anfang waren, oder? Oh, ist das jetzt hier so? Zack. Haha. Das sind so Dinger, die verfolgen dich, wenn es dunkel ist. Mache ich, dass es hell bleibt? Äh, du musst die ganze Ecke jetzt immer so beleuchtete Räume, weißt du? Ja, deine verfolgt mich gar nicht. Ich bin tot. Achso, okay, okay, okay. Es wird immer hell und dunkel, weißt du? Ja, ja, ja. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Also kannst du mich einfach rechts lang. Ich glaube, das Ende war auch rechts. Weißt du? Ich bin tot. Ja, ups, ich bin auch tot. Achso, ich dachte, ich habe jetzt gewartet, bis du kommst. Ich dachte, ich habe irgendwie Riesmau zu sein, im Grund. Okay, okay, aber ich verstehe es, verstehe es. Ich denke, dieser Chat, press Enter to Chat, jetzt geht das nicht mehr weg. Nee, ich habe mir Eier ausgetippt. So ein Scheiß. Jo, bei mir ist der ausgang. Jetzt irgendwo, ach ja. So, hast du ja schon Zeit, dass du, es gibt ein Level, das ist das Level Run, da musst du einfach richtig hart weglaufen. Jo. Ja, warte, äh, Station. Also wir können auch zu Fun laufen. Station Fun. Ah, ich glaube, da kommt auch irgendwann Vieh, was dann hinterherläuft, da müssen wir wieder so in die andere Richtung. Oh, ne. I don't know. Ja, lass uns Station. Später gibt es noch ein Ding, da musst du dann noch zu Fun laufen, weißt du? Dann ist das so ungekehrte Psychologie. Ich hänge deinem gelben Arsch. Wir sind einfach die Amorges-Leute bloß in High Graphics. True. True. Oh, ich bin wieder hingewiesen. Das sind die Games-Leute, die Spiele spielen, die drei Minuten oder so. Jo. Obwohl, ich glaube, jetzt mittlerweile mehr. Das hat die, das ist wieder wie 459 Level. Mein Finger. Ich glaube, das war's. Ja. Hacke, die Taschenlocke? Ja, doch. Digga, ich dachte, da ist schon wieder ein Vieh, was zu uns macht. Ist hinter uns was? Hinter uns ist was. Okay, ich glaube, wir wurden doch umgekehrt psychologiert. Ne, ich glaube, sonst musst du noch länger vor dem Vieh weglaufen. Ja, ich glaube, der Mann, ja. Links, links. Ja, 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 nein, 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 nein. Ja, das ist weg, glaube ich. Das ist okay, okay. Ich glaube, es ist geradeaus durchgezogen. Ich bin eher so zu weit geübt. Hier geht's nicht lang. Was ist hier für ein... Warte, kann ich hier Sachen rumdrücken? Heimlich? Ich glaube, hier ist die Dings im Grunde, das sind die Sicherungen, die wir alle brauchen. Also auch sechs Sicherungen insgesamt. Achso, und dann können wir hier rein. Ah, okay, okay. Ich habe immer noch keine Tasche, die wir haben. Aber hier ist solche Dinger hier. Hier ist so ein Sicherungskasten. Ah, ja, ja, so sind die aus, okay. Oh, Schokolade. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich habe einen Kreis. Ah, Kasten. Klick, 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 klick. Gibt es noch mehr? Ah, okay, ich bin ein bisschen los. Nicht jeden Schalter angeht, das gibt es nämlich. Die Maus kommt an der selben Stelle wieder raus. Oh, nein. Allerlehr nicht vorbeigelaufen. Entspannt. Ja, okay, aber hier war so schön, ist die eine Tür ist jetzt aufgehört. Ah. Die am Anfang des Runds und Runds und Runds und Runds und Runds und Runds und Runds. Die waren auch vorzunehmen. Hier fängt der Schwarz an. Ohne Taschenlampe ist besonders geil. Ich glaube, hier ist einer drin in dem Raum, oder? Oder ich die Linkerschnung? Geil. Äh, ja. Und das ist die Runde. Da tut er dann dreimal zurück, ding, wie das ist, wein und dann leuchtet er wieder zurück. Oh, sieht der hässlich aus. Ich hoffe, er hat gespawnt das, ja. Oh, wie shit. Oh, ich hab grad voll in dich geleuchtet, war dann halb blind. Okay, ich sehe eine Sicherung. Nice. Oh, warte, hier ist der nächste Rund. Ah, das ist okay, die sehen anders aus jetzt. Oh, ein bisschen different. Piep, piep. Ich trau nicht mehr in meine Augen. Hier ist der Dog. Ah. Hier ist eine Sicherung. Ja, kein Korn, du machst die Sicherung. Ja, ich mach die schnell. Aber der geht doch gleich hin, ne? Ja, ja. Ich beeil mich. Ja, du hast ein bisschen Zeit, der ist kurz chill. Dann, der läuft nicht zu dir. Der läuft in der anderen Ecke. Der ist nach da hinten gelaufen. Ich bin, hab's gemacht. Oh, ja, ist das da offen. Wo bist du? Ah, okay. Ich glaub, du stürmst in das Wasserläufe. Obwohl die Blitze rauskommen. Ah, ja. Da ist wieder ein Daug. Der reagiert nicht auf mich. Ja, da muss ich angucken. Achso. Hast du 10 noch? 10 noch? Was denn? Ja, irgendwie, also es ist halt funktioniert. Das sieht sehr nach Scam aus, wenn diese Löcher. Wenn ich ehrlich bin. Okay, hier ist ein Kasten. Okay, nice. Aber seitdem wir in der neuen Abtei sind, hat es schon irgendeinen Kasten? Nee, oder? Ich glaub nicht, ich hatte noch mal den davor. Ist hier irgendwas, wo ich bin? Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Er ist einfach direkt ein Hund um die Ecke gekommen. Oh, nee. Warte, ich muss kurz nach Rätsel machen. Ja, ich bin da beim Stromkasten. Was, hier? Ah! Was ist das denn für ein Vercrackter-Kasten, Alter? Gar, ich muss irgendwie, ich weiß nicht, auch mit Farben machen. Warte, ich warte mir zu tun dafür. Wenn ich dich anleuchte, ist es so hell, Alter. Junge. Digga, das sieht aus, als würde ich in den Nuke reingucken, wenn ich dich anleuchte. Holy shit. Ja, warte, hier muss ich auf jeden Fall blau auf blau haben. Sonst geht es nicht anders. Ah, okay, jetzt hab ich es geschafft. Ich war gerade wieder zu dumm. Ich darf auch nochmal machen. Ja? Ja, irgendwie schon. Hab's. Du musstest gar nicht viel machen. Ich glaube, du hast es viel schwerer gemacht, als es eigentlich war. Ja, ich glaube, ich auch. Oh, jetzt kostet es. Nice. Oh, das werde ich wieder trollen. So. Okay, dieses Mal habe ich es. Wir haben uns halt aufgegangen, dass es wird. Ja. Da ist ein Daug. Ah ja, neben uns vielleicht. Die Tür hier ist noch mal aufgegangen. Geno, die, die war noch gerade zu. Boah, die sind so hässlich. Was ist dein Problem? Das sieht doch ganz schön aus. Hau, hau, ich seh Augen. So. Wo bist du lang, bist du da direkt rein? Oder bist du weiter? Ich bin ja zurück, weißt du, zum Ausgang. Wo wir gekommen sind. Hallo und? Nee. Ich bin ja locker schon für, äh, du gehst richtig in der Taschenuppe. Ah, okay. Also ich bin, glaube ich, schon 500 Mal hier lang gelaufen. Ich weiß nicht, wo es hier ist. Ja, ich wüsste, dass mein Problem war, ich habe gerade getrunken und habe ich nicht irgendwie verloren. Oh, jetzt haben wir. Ah, nice. Da war ich Speedrun, das Gefühl, dass ich habe mir das Level 90 Stunden gebraucht, alleine. Ja, verständlich. So, nice. Obwohl, jetzt gehst du nicht mehr in der mittlerweile. Okay, ich durfte nicht hier damit zu machen. Ich fühle mich immer sicherer. Äh, komm mal her. Äh, hier sind die Automaten. Du musst erzählen, wie viele von diesen Objekten in diesem Raum sind. Du musst auch einen Automaten antippen. Yo. Okay, Bücher sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann? Dann ist Automaten. Achso. Wasserspender. 1, 2, 3, wie sind hier 4 verschissene Wasserspender drin? Du, du. Zwei Tische. Geile Scheiße. Dicker. Ich habe auch nicht auf die Idee gekommen, die Automaten anzupacken. 1, 2, 2 Stühle. Ich habe irgendwas fast safe erkackt, weil ich blind bin. Never mind. Ich habe nur noch einen Ausgang gefunden. Bei der letzten Tür? Ja. Die Tür. Du hast den Juice nicht mitgenommen. Hier sind Kameras. Mhm. Und wir müssen jetzt quasi zum Ende kommen, ohne dass uns die Kamera sieht. Wo das Game ist, du weißt nur, ob du in die Kamera gelaufen bist oder nicht, wenn du am Ende bist. Gesehen oder nicht. So, das Game war quasi quasi... Äh, hier ist die Kamera. Siehst du das nach oben? Ja. Kriegt die sich? Die dreht sich ja. Was ist, wenn die uns sehen? Sterbe ich in Zerrohung oder kommt da irgendein Knecht, der mich heimsucht? Nee, das ist das Game. Du siehst eben einfach gar nichts. Aber am Ende bist du im Kameraraum, dann siehst du, ob du gesehen wurdest oder nicht. Achso. Oh, lollo. Da musst du zurücklaufen. Ja, ja. Was denn? Okay, das ist alles. Da ist die Bibliothek. Ich glaube, da war auch eine Kamera. Ja, da ist sie. Ich glaube, sie haben mich gesehen. Obwohl, nee, die Katarazine in der andere Richtung guckt. Guck gleich in die Wand, weiße, dann können wir, glaube ich... So, ich werde jetzt einfach hier die Abkürzung genommen. Die Abkürzung. Ah, ne, okay, dann war es gar keine Abkürzung. Oh, fuck. Lass eine Kamera. Oh, sorry. Hattest du schon gesehen? Weiß ich nicht. Das ist fast das Problem. Habt ihr gerade weggeguckt, aber ich bin mir sicher. Ach, dann kann man hier aber irgendwie hier lang. Sorry. Ja. Okay, ich sehe da hinten eine. Die guckt gerade in Richtung uns. Also wir können nicht ums Eck gehen. Also direkt an der Wand. Hier ist auch eine bei uns. In der du gerade gehst. Also, die scheint nicht mehr sich zu drehen. Ah doch, jetzt. Jetzt hat sie sich gerade gedreht. Jetzt guckt sie gerade nach ganz rechts hinten. Jetzt kommen wir ganz kurz hier rein. Hä? Die Tür, wie kommt gut? Also siehst du, die Cam halt direkt vor der Tür, weißt du? Ja, ja, ja. Und die eine andere war links. Okay, warte, was machen wir jetzt? Falls ich nicht irgendwie ein bisschen gammel. Sie können das, was wir schon verloren haben. Das ist halt das Game. Ja. Ganz links ist halt die Cam, ist das Problem. Jetzt. Jetzt können wir. Die andere dreht sich. Die andere dreht sich. Die andere dreht sich. Beil dich, beil dich, beil dich, beil dich. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Warte, sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ich war im Hörerangstück. Nein, 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 nein Kannst du aufhören? Okay. Abgewieselt. Hier konnte man noch relativ viel abkürzen, aber nicht gleich. Ja, dann müssen wir nicht ganz einfach hier so. Und dann... Löcher. Ich bin durch, also übersteht nichts. Bei mir auch nicht. Welche waren das? Ja, das war irgendwie so ein anderes Scheiß. Keine Ahnung, Alter. Nice. Du kannst doch nicht über Flame-Cutter weißt, wer es war. Oha. Junge, wer ist er denn? Prinz... Friedrich der Siebte, Alter. Ne, ich muss mich wieder Schlüssel sammeln, oder was? Ne, ich muss auch die Knappe drücken. Ich habe bestimmt eine Reihenfolge. Hier sind Bugs-Spray. Wieso gibt es denn Bugs-Spray? Kann man damit Leute abhalten? Ne, dann können wir Bugs gleich killen. Die können wir so viel zum Essen geben. Der Trade ist da... What the fuck? Okay, warte mal. Ich muss irgendwas stoppen. Die haben halt eine Reihenfolge. Ja, aber... Die Bilder. Warte mal. Ah, ja. Ah, warte. Ja, ich habe es mir eben schon gedacht, wie weit die weg sind. Ah, oder auch vom Alter her. Das könnte auch vom Alter her sein. Wenn ich das vom Alter her mache, dann muss ich das nochmal umdenken. Ah, die ist die Jüngste. Eindeutig. Hä? Dann kommt er hier. So. Er ist noch... Ja, der Vater von denen wahrscheinlich. Und dann der Opa. Haha! Okay. Wir brauchen Schlüssel für die Schlüssel. Warte, ja. Da hinten ist der Fahrstuhl. Da können wir die Typen die Bugs wettern. Und hier ist ein littleer Raum. Hier ist ein Raum. Und da ganz hinten, da am Ende des Flurs links ist auch... Warte, hey, ja. Du wirst jetzt überall einmal durchlaufen. Du hörst hier diese... Ich sehe sie. Ich sehe sie hier gerade auch. Du siehst sie? Ja. Spray die mal an. Okay, warte. Ja. Warte. Bei mir waren gerade auch... Warte. Du schon mal kurz wo du das machst. Zu spät? Ich habe Moth-Jelly in der Hand. Ja. Das nimmst du aber mit. Esst es nicht. Okay, warte. Ich muss irgendwas droppen dafür. Ich glaube irgendwie mein... Wenn du es in der Hand hast, drück links, drück dann ist das. Okay. Oh, ich hab... Nein, nein, nein. Ich hab's gegessen. Nein! Ehrlich? Ja. Hier sind nochmal welche. Ja? Ja. Die spraye ich jetzt erstmal an. Direkt vor dem... Was hast du? Ja, keine Ahnung. Ich komm gleich raus. Hä? Okay, ich hab auch welche. Hä? Was denn? Ich hab zweimal Jett jetzt. Das ist doch gut. Okay. Komm her, du hässliger Schachtmann. Was haben wir denn mit euch geändert? Was? Wir hab ja ewig rumgesucht und einmal welche... Hm. Was gibt dir Mann mir jetzt? If you feed them, they will reward you. Ah. Wir haben also F das Ding nur mit der Schlüssel. Geil. Und der kriegt direkt noch eins. Hi. Ich glaub, wir brauchen so noch drei Schlüssel. Ne, ja. Drei waren's. Weit, ich bin ja irgendwie falsch. Ich bin hier. Ach, da ist die... Ich bin irgendwie ganz woanders hingelaufen. Ach so. Ach, wir teilen jetzt die Schlüssel. Ja. Okay. Ich glaub, gleich kommt das lustige Level. Ach. Ich glaub, es kommt vom Rohr-Hotel. Ach, nee. Ich weiß schon, was die Entity hier war, aber die war abfuck. Oh, ja, das ist es. Guck mal. Warte, warte. Schränke. Ja. Und hier ist, ich weiß, es ist 201, 202, 304. Ach, nee, ist das das, was ich bei dir schon mal gesehen hab? Ja, ich glaub schon, ja. Die offen sind, die brauchen wir, weißt du, also 204, 255. Das kann ich mir niemals merken. 213, 202, okay, warte. Ich schaff's den Chat. Ja, okay. Ach, du hast den Chat? Ich schaff's an. Ich hab's auch eine allgemeine Geschichte. Bro, wir haben hier einen Ingame-Chain, der dachhaft unten links ist. Du schaffst das den Discord. Ich kann für den Discord auf zwei Bildschirren. Ja, okay, warte, da muss ich auch kurz. Ich glaub, das ist denn da liegend Zettel. Ich weiß, das ist schon mal. Da ist schon jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Oh, nein. Das ist ein Hund. Ach so, macht den ja, ja, hätt ich auch hören können. Oh, ne. Was dann? Bei mir ist ne Klammern du, der mich angesprochen hat, mit der gelaufen ist. 203. Oh, ich glaub, ich werd sterben. Warum? Da ist so'n, äh... Da ist so'n, äh... Ja, okay, da hat sich ein Wunderbar getroffen. Danke, dass du ihn weggelockt hast. Ja, ich hab, ähm... Ich bin eingesperrt. Ich glaub, der ist jetzt nach rechts gelaufen. Ich bin mir nicht sicher. 207 hatte ich gerade. Also, das weiß auch nur Gott, wo der jetzt hin ist. Ich glaub, ich hab ihn weggesperrt. Ich weiß jetzt nicht, wann... Okay, wenn du mir den eingibst, dann... Boah, ich hätt ihn einsperren können eigentlich. Ich hab hier von der 7... 16. Ich bin in 13 jetzt drin, tatsächlich. Was muss ich hier machen? Der liegt links vom Bett, so ein Zettel. Ein U war da. Auf dem Dings. Warte, ich hab 3, du hast 1, da ist ja auch 4 von... Okay, ich bin jetzt auch noch in 15 drin. Da ist das... L. Nice. Oh, ne. Ich hör wen. Ich bin dort. Ich bin dort und... Ich hab mich auch noch nicht eingesperrt. Ja. Ich hör ihn durch die Wand. Ja, ich hab ihn in den Zimmer eingesperrt, glaub ich. Hoffentlich. Weil ich hab die Tür zugemacht und er war trotzdem drin. Okay, okay, warte mal. 15... Ich hab hier 5, 7, 16. Das heißt, du brauchst 10, 13, 15. 10... Ah, 13, 14 hatte ich. Aber 10 war hier... Du brauchst auch 10. Warte mal. Das ist irgendwie nicht wirklich eine Reihenfolge, so weißt du, das ist manchmal ein bisschen komisch. Mhm. Kann ich gleich in den Reihen rennen? Okay, wo muss ich jetzt hin? Das müssen wir auch zurück. Also wieder zum Anfang, weißt du, wo die Postfächer waren? Du musst dir die Post dahin bringen. Ja. Ich glaub, ich hab einen ganz guten Orientierungssinn. Ich hab mal ganz stark von mir behaupten. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Du bist quasi jetzt oben, bitte ich, links vom Level. Warte mal. 205? Ah, warte mal. Ah. Ah. Okay, okay. Soll ich die Lobby? Jetzt nach links. Oder ne, geradeaus muss ich nicht weiter. Aber da natürlich. Und dann rechts sind die Fächer, glaube ich. Soll ich jetzt einfach F drücken, weißt du, auf die ganzen Fächer, wo noch nichts drin ist? Ich werd grad ein bisschen dichter im Kopf. Oh Gott, ich hab nur noch ein Ding. Soll einfach F drücken, auf die ganzen Sachen, weißt du? Ja, ja. Wo nichts drin ist. Und dann guck nach oben. 8, 9, 4, 7, 2. Jetzt ist hier quasi eine Tür, wo du grad hergekommen bist. Geradeaus links. Wenn ein Schloss dran ist. Okay. Ich hab's grad wieder vergessen. So, wir machen den Pfeifen. Okay. Boom. Hä? Bei mir. Ich hab Standbild. Ich denke, ich kann mir kein Flashlight ausrüsten. Ops. Was dann? Da hast du ihn gequittet. Ich hab was im Menü gedrückt und hab ich direkt da hingedrückt, wo ich den Quittmann bin. Oh nein. Okay, warte. Ich hoffe, wir können den Code aber eingeben diesmal. Ich probier mal eins zu geben. Ach, hier steht sogar 8, 9, 7, 4, 2. Äh, 8, 9, 4, 7, 2. 8, 9, 4, 7, 2. 8. Ja, aber dafür, dass es immer crasht, dann speichert es auch aktiv, das Spiel. Ja, aber ich. 2. Okay. Ist das das Schloss weg? Aha. Digga. Jetzt auch nicht. Warte um das. Oh nein. Ach nein, sag nicht oh nein. Thermometer? Ist das hier bei Phasmophobia oder was? Thermometer? Ja, und es gibt so richtig dicke, äh, kaum wie heißt es in deutschen Bugs, in englisch und so, weißt du, so Insekten. Ja. Käfer. Und die strahlen, glaub ich, die Wärme aus. Das heißt, ich nehm das jetzt in die Hand. Farnheit. Farnheit. Dinger auch noch Farnheit-Scale leider. Mhm. Ich glaube es sagt. Genau, entweder das. Oder der Oda ist gerade ein Fake aus. Der strahlt auch Wärme aus. Endlich aber meint, die Dinger strahlen keine Wärme aus. Dann wird sogar von einem weggemacht. Äh, ich werde gerade, äh, ich bin dort. Keine Ahnung, wo ich gerade lange dau... Oh! Äh, ja, und zwar, ich hab dann einmal gesehen, was bis dort. Und so ziemlich. Ausgedribbelt, 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 ausgedribbelt. Ich hab... Da darfst du nicht rein da ausdrücken. Scheiß drauf, rein da. Das ist einfach, warum der Wärme ausschreit, weißt du? Warte, ich glaub das Level war nicht so schwer. Das kann man auch machen. Na warte. Das ist so ein Ding, wenn du da durchläufst, weißt du, wär das... Das ist quasi Bugspray. Also. Also das kann das Ding auch abwehren, die Großen. Ich bin ja weggerannt von dir, weil ich dachte, da kommt was. Ich muss die ganzen vier, ich hab ja nicht sehen, irgendwie. Ich will keine sehen. Bin ganz froh eigentlich gerade. Hier ist nicht warm. Doch, hier ist warm. Ja, hier ist warm. Chill. Chill, chill, chill hier ist warm. Nee. Gibt es noch? Ja. Okay. Ich kriege immer weiter die Tür zugebracht. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, du kannst hier dir vorbei steigen. Also wenn du es nix, glaub ich, greifen die nicht an. Testen wir es. Ich glaub schon. Geh drüber. Studieren. Wenn du auf einmal durchs Nix, machen die, glaub ich, nichts. Ich glaub, du bist im Kreis gelaufen. Keine Ahnung, mir kommt alles bekannt vor mich. Oh mein, glaub ich, mich gerade erschrocken, ja, meine Gesichter sind hier. What happened, I'm low. Ich bin ein Star. Was ist das denn hier? Wieso bin ich denn? Ich glaub, das ist inzwischen der Schweigerpunkt. Meinst du? Ich nehm einfach mal eins, Alibi-mäßig. So, zack. Also ich glaub, wenn du jetzt stirbst, brauche ich hier wieder. Das ist heißerweise sowieso, du hast die Hälfte. Ja. Das ist nicht gleich das große Ding. Oh, gute Nacht. Du bist doch hier, oder? Ja, 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 let's go. Das heißt, es geht hier lang. Nice, nice, okay. Ich habe ihn geweckt. 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 Was guckst du? Nicht so, die haben Bocken. Mach doch keine Angst, ich dachte, da entsteht etwas hinter uns. Ich glaube, ich laufe einfach rückwärts und gucke die ganze Zeit nach hinten. Man hört schon, wenn was kommt, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ich einbiegen muss, oh Gott. Das ist das Problem, ich weiß nicht, wann ich einbiegen muss. Jetzt? Nein. Ja, dann, wenn es halt nach rechts geht, das ist so eine Ziegelsternwand. Ich mache es halt nach rechts. Das Ding ist so weit hinter uns, ich höre es nicht mehr. Ist es schon da? Ja, jetzt ist es. Ja, ich auch. Hier leuchtet es. Ah, hier ist Party. Ja, F oder? Echt? Och nein. Jetzt können wir das gerne morgen machen. Ja, das kennen wir von dir. Das ist schön oder nicht? Ach, geil. Da habe ich aber noch keine richtige Lösung für. Ich habe mich irgendwie durchgekämpft. Ja. Ja. Ja.